Heute ist schon unser letzter Seetag angebrochen. Wir sind schon wieder zurück auf dem Weg nach Miami, werden jetzt heute noch mal so den Tag genießen, schauen was wir noch so machen und alles ausprobieren wollen. Irgendwo ist heute noch so eine Party auf dem Boardwalk, wo noch mal was gemacht wird. Dann werden wir den letzten Tag noch mal genießen, bevor es dann morgen leider schon wieder von Bord geht. Schauen wir mal. Aber das Wetter scheint gut zu werden und dann machen wir uns noch einen letzten schönen Tag auf der Oasis of the Seas. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018